Mein Name ist Josué Michels und heute besprechen wir die wichtigen Themen dieser Woche. Saudi-Arabien kündigte am 17. Januar den Anfang vom Ende des Dollars als Leitwährung an. Saudi-Arabien hat dem US-Dollar zu seiner Vorherrschaft verholfen und könnte nun dazu beitragen, diese zu beenden. Saudi-Arabien kündigte nun an, dass es für Gespräche über den Handel in anderen Währungen als dem US-Dollar offen ist. Diese Ankündigung könnte einen Domino-Effekt auslösen, der dem Status des Dollars als Reservewährung Schaden tut. Saudi-Arabien, der bei weitem größte Rohölexporteur der Welt, hat seine Währung jahrzehntelang an den Dollar gebunden, doch das könnte sich nun ändern. Saudi-Arabien arbeitet eng zusammen mit China und Russland. Die Bereitschaft Saudi-Arabiens mit den Feinden der USA zusammenzuarbeiten, ist eines von vielen Anzeichen dafür, dass das Land nicht mehr daran interessiert ist, den Dollar als Reservewährung zu erhalten. Immer mehr Staaten versuchen, ihre Währung durch Gold zu stützen. Sie testen moderne Blockchain-Technologien und digitale Währungen, um den Handel unabhängig vom Dollar abzuwickeln. Mehr und mehr Länder handeln auch in ihren eigenen Währungen. All dies zeigt, dass sich die Welt darauf vorbereitet, die Beziehungen zu den USA zu kappen. Diese Länder werden die Entscheidung Saudi-Arabiens wahrscheinlich begrüßen, ihre Dollarreserven abstoßen und den Handel in ihre eigenen oder anderen Währungen abwickeln. Die Bibel offenbart mit Gewissheit, dass die USA fallen wird. Der verstorbene Herbert W. Armstrong hat kühn verkündet, dass der wirtschaftliche Zusammenbruch der USA ihren Untergang einleiten würde. Herr Armstrong sagte ausdrücklich voraus, dass eine Bankenkrise in den USA die Einigung Europas auslösen würde und dass sich dieses vereinte Europa gegen Amerika wenden würde. Isaiah 23 prophezeit, ein Wirtschaftsbündnis zwischen Asien und Europa, das Amerika belagern wird. Psalm 83 prophezeit, eine weitere finstere Allianz, die den Namen Israels insgesamt auszulöschen sucht. Das bezieht sich heute hauptsächlich auf die Vereinigten Staaten, Großbritannien und die jüdische Nation Nahen Osten. Eine Reihe von Ereignissen der letzten Zeit führt zur Erfüllung dieser Prophezeiung. Um sie in ihrem prophetischen Zusammenhang zu verstehen, lesen sie unsere kostenlose Broschüre, Er hatte Recht. In der Zwischenzeit wird Deutschland Schritt für Schritt bargeldlos. Die deutsche Tech-Kette Gravis nimmt seit dem 16. Januar keine Bargeldzahlungen mehr an. Im neuen Konzept von Gravis sei kein Kassentresen im herkömmlichen Sinn mehr vorgesehen. Stattdessen nutzen die Kunden mobile Terminals, um bargeldlos zu bezahlen. Das Unternehmen behauptet, dass die Abschaffung von Bargeld den Mitarbeitern Zeit spart und mehr Sicherheit hinsichtlich Falschgeld und des täglichen Transports von Bargeld zur Bank gewährt. Der bargeldlose Zahlungsverkehr könnte sich in ganz Europa ausbreiten, bis hin zur Europäischen Zentralbank. Spiegel Online schrieb dazu, Zitat, das Thema Bargeld ist besonders in Deutschland emotional aufgeladen. Bei einem Unternehmen wie Gravis wäre ein Argument pro Barzahlung, zum Beispiel, dass es mit diesem Zahlungsmittel bisher kein Problem war, dort technische Geräte und Zubehör anonym zu kaufen. Zitat Ende Der deutsche Journalist und Autor Boris Reitschuster plädierte für einen Boykott von Gravis. Zitat, Bargeld ist gelebte Freiheit. Nicht umsonst versucht die Politik, seine Nutzung massiv einzuschränken, bis hin zum Verbot. Dann ist jede Barzahlung nachverfolgbar und wir haben den gläsernen Bürger. Zitat Ende Dieser Trend gefährdet die Privatsphäre der Bürger und er hat weitreichende Folgen. Obwohl sich der Durchschnittsdeutsche seit langem gegen diesen Trend wehrt, deuten die jüngsten Ereignisse darauf hin, dass der Widerstand schwindet oder ignoriert wird. Der verstorbene Pädagoge Herbert W. Armstrong erklärte in seiner Broschüre, wer oder was ist das prophezeite Tier, dass unsere Welt zu tyrannischen Maßnahmen zurückkehren wird. Die Abschaffung des Bargelds und die Einführung einer bargeldlosen Gesellschaft werden zu diesem prophetischen Ergebnis beitragen. Für diejenigen, die bereit sind zu sehen, gibt es überall um uns herum Anzeichen dafür, dass Herr Armstrongs Vorhersage richtig war. Erfahren Sie mehr in unserer kostenlosen Broschüre, Er hatte Recht. Am gleichen Tag als Graves das Bargeldverbot versammelte sich die globale Elite in der Schweiz. Politiker, Geschäftsführer, Journalisten und Aktivisten aus aller Welt kamen am 16. Januar in Davos, Schweiz zusammen, um über den Zustand der Welt zu sprechen und die Prioritäten für das kommende Jahr zu diskutieren. Diesen Treffen ist das erste Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie. Die Teilnehmer in Davos erörterten Notfälle von der Konjunkturabschwächung über die Inflation bis hin zum Krieg in der Ukraine. Sie diskutierten über so viele Krisen, dass sie das Wort Polykrise verwendeten. Ein Begriff, den der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, verwendet hat, um den Ansturm globaler Notlagen zu beschreiben. Aber nur weil die globalen Eliten über Lösungen sprechen, heißt das nicht, dass sie auch Antworten haben. Ein weiteres wichtiges Ereignis wurde am 16. Januar von Twitter offenbart. Demzufolge betreibt die Pharmaindustrie Lobbyarbeit in den sozialen Medien, um Inhalte rund um die Impfstoffpolitik zu gestalten. Am gleichen Tag, als diese schockierenden Ereignisse ans Licht kamen, tritt auch die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zurück. Wie der Refluri in seiner Broschüre, der 16. Januar, Gottes Tag der Wunder zeigt, lässt Gott am 16. Januar große Ereignisse geschehen, um die Welt an das Werk seines Dieners Herbert W. Armstrong zu erinnern, der in diesem Tag, im Jahr 1986, starb. Heute haben wir einige Ereignisse besprochen, die zeigen, wie sich die Trends der Welt entwickeln. Diese Trends wurden vor Jahrzehnten von dem verstorbenen Herbert W. Armstrong vorhergesagt, der seine Vorhersage auf die Bibel gründete. Erfragen Sie mehr über Herbert W. Armstrong und diese Vorhersagen unserer kostenlosen Broschüre, er hatte Recht. Fordern Sie auch ein kostenloses Exemplar unserer Broschüre, der 16. Januar, Gottes Tag der Wunder. Diese beiden Broschüren finden Sie auf unserer Webseite, dieposaune.de. Fragen und Kommentare können Sie auch gerne an info at dposaune.de schreiben. Mein Name ist José Mischels. Bis zum nächsten Mal.